Was ist der Grundsatz, dass man immer einen Innenminister und einen Aussenminister haben sollte? Es gibt den Grundsatz, dass man immer einen Innenminister und einen Aussenminister haben sollte. Einen Aussenminister, der informiert, kommuniziert, der Konsumenten, Stakeholder, andere Firmen, Lieferanten usw., aber auch Mitbewerber, irgendwo mit Informationen versäht, der die Positionierung des Unternehmens klar macht. Und einen Innenminister, der dafür sorgt, dass das alles konkret und konsequent umgesetzt wird.